Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World. Ich bin Maha Devi und ich suche einen Pilzsturm. Vielleicht haben wir ja Glück und diesmal ist es am Anfang des Levels. Ich kann mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht an einen Pilzsturm verändern. Schade, hier ist er schon mal nicht. Wobei, ich habe hier ja auch noch keine Chance zurückzukommen. Naja, keine wirkliche Chance zurückzukommen. So, ab jetzt gibt es Pilzstümpfe, Leute. Aber nicht hier. Und hier auch nicht. Ein paar Eier können mir schaden. Immer noch kein Pilzsturm. Obwohl, warte mal, wenn da das Geld ist, dann lohnt es sich auch hier mal zu gucken und immer noch kein Pilzsturm. Würde mich wundern, wenn man den sieht, wenn man hier aus dem Fenster guckt. Da ist ein blauer Vogel, aber den suchen wir gar nicht. Wir suchen ja den Pilzsturm. Wo ist er? Ich will nicht. Nicht vor Ort. Nicht vor Ort. Nicht vor Ort. Ich glaube nicht, dass es die Schlaufe dort kommt, wenn man fahrt. Bist du mal die Balance schon suchen oder die Birdies? Was gibt es hier so rechts? Naja, nichts. Und da ist recht kein Pilzsturm. Wisst ihr, was mich die ganze Zeit an diesen Kapadraten stört, was mir jetzt auffällt? Die müssten zackig abgeschnitten sein, damit die nicht so krass auffallen sind. Kenn mich da aus. Das ist ja nur ein Spiel. Pilzsturm. Ich kann nie zu viel Geld haben, obwohl du verschaffst zu viel Geld. Tatsächlich? Ich müsste mal wieder einkaufen gehen. Okay, kein Pilzsturm. Ein Birdie, aber kein Pilzsturm. Ich mag diese Knappe, die da mit der Grünball angebracht sind. Heimdelssturm. Immer noch kein Pilzsturm. Verdammt! Da ist das Geschenk, aber kein Pilzsturm. Und hier geht's weiter. Aber dann muss ich doch erstmal in der anderen Richtung gucken und das Geschenk will ich mir. Kein Pilzsturm. Kein Pilzsturm. Kein Pilzsturm. Kein Pilzsturm. Kein Pilzsturm. Ein Pilzsturm. Kein 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 Pilzsturm. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Teil von Yoshi's Crafted World. Warum habe ich angeklickt, dass ich nicht möchte? Wir sehen uns wieder beim nächsten Teil von Yoshi's Crafted World. Wenn es euch gefallen hat, wenn ich euch helfen konnte, gebt mir einen Daumen nach oben. Da lasst mir einen netten Kommentar betonen. Liegt auch nett. Echt jetzt. Ich bin Feministin und ich setze das durch. Ähm, genau. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr die Glocke läutet. Also bis dann. Tschüss.